Moin ihr Lieben, wir kommen zu einem neuen Video und es kam jetzt ja schon wieder relativ lange kein Video. Deswegen habe ich mir gedacht, beginne ich die folgenden Videos, die jetzt kommen, die auch schon in den Startlöchern stehen, so ein bisschen mit einem Q&A. Die Fragen habe ich von Instagram und auch so ein bisschen Themen, die ich jetzt besprechen soll und da wird sicherlich vieles bei sein, was ich hier noch nie besprochen habe und vielleicht das eine oder andere, was ihr schon wisst. Ich hoffe, dass wir keine Funkstörungen gleich haben, weil ich nämlich mein Handy dafür brauche und wir haben jetzt eine Minute vor meinem 29. Geburtstag. Ich möchte aber dieses Q&A noch mal eben abdrehen und dann werde ich zu zwei Freunden fahren und da noch so ein bisschen den Abend genießen und deswegen würde ich sagen, schnacken wir jetzt gar nicht lange weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen und dann starten wir jetzt und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es kommen wirklich noch sehr coole Videos in den nächsten Wochen. Also es wird sich heute auf jeden Fall viel um das Thema Persönlichkeitsentwicklung drehen. Das hat mich die letzten Monate noch intensiver beschäftigt als sowieso schon seit so zwei, drei Jahren und deswegen werden diesbezüglich auch viele Fragen jetzt gleich beantwortet werden. Ich versuche, ein bisschen Faden reinzubekommen. Es kann aber sein, dass es auch viel hin und her jetzt sein wird. Ich schaue aber mal, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, inwiefern ihr da mehr Infos zu haben möchtet, weil dann werde ich auch einfach mal wirklich spezielle Videos zur Persönlichkeitsentwicklung drehen. Ich habe mich, wie gesagt, die letzten Monate noch intensiver damit beschäftigt. Ich war an so einem Punkt, dass ich so ein bisschen lost war. Ich wusste nicht so genau, wohin meine Reise gehen soll und war da so ein bisschen gefangen und habe dann einfach das als kleinen Ausweg für mich gesucht und habe da richtig an meinem Fundament gerüttelt. Da ist eine Fassade ganz schön zum Einstürzen gebracht worden. Es wurden alte Wunden, die mir gar nicht bewusst waren, aufgerissen und verarbeitet und und und. Also es ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Deswegen lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ich da noch viel, viel tiefer eingehen soll, dann werde ich da eine ganze Videoreihe draus drehen. Aber da kam dann auch schon die erste Frage zu und zwar lieber Yoga oder gemütlich frühstücken. Also ich bin tatsächlich eher Team Yoga. Frühstück ist gar nicht so unbedingt meine Lieblingsmahlzeit. Ich habe morgens noch nicht so die Motivation, auch da viel Muße reinzustecken und mir ein sehr, sehr aufwendiges Frühstück zu machen. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, einfach eine Morgenroutine sich zu entwickeln, die so ein bisschen beides beinhaltet und wo man dann früh genug aufsteht. Weil es ist so, dass man natürlich schon genug Schlaf braucht. Das ist klar. Aber man kann viel Schlaf schon mal oder viel Zeit einsparen, indem man abends nicht mehr so lange am Handy rumdaddelt und früher ins Bett geht und auch kein Fernsehen guckt. Somit kann man dann morgens früher aufstehen und ein guter Start in den Tag ist sehr wichtig. Das habe ich für mich gemerkt, dass man versucht, immer zur ähnlichen Uhrzeit aufzustehen und vor allen Dingen morgens einen sehr gleichen Ablauf hat. Das hilft einem total, den Tag zu starten. Man fängt nicht morgens schon an zu straucheln und ist überfordert mit den einfachsten Dingen. Bei mir sieht zum Beispiel mein Tag immer so aus, ich stehe auf, ziehe mir eben irgendwas Gemütliches an, gehe mal eben schnell auf Toilette, kümmere mich ums Hunde- und Katzenfutter. Dann meistens haben wir abends die Küche nicht aufgeräumt, dann räume ich morgens die Küche auf, mache nebenbei mein Frühstück fertig, dann schreibe ich mein Journal, also ich schreibe morgens Tagebuch und dann frühstücke ich, höre dabei schon Musik oder Podcast und dann gehe ich mit meinem Hund raus und dann startet mein Tag. Und so sieht das halt immer aus. Und danach kann es auch mal individuell sein. Danach mache ich entweder mal Yoga direkt oder wenn ich einen Termin habe, mache ich mich erst fertig, gehe duschen, was auch immer, habe dann meine Termine und verlege Yoga auf später. Für mich ist so morgens mit meinem Hund rausgehen, das, was ich brauche, um erstmal Energie zu tanken. Und wenn ich dann halt, in den meisten Fällen habe ich dann halt noch eine Viertelstunde Zeit, um dann auch noch Yoga einzuplanen. Und das ist mir wirklich wichtig. Und ich kann euch das nur empfehlen, das mal zu versuchen, eine richtig gute Morgenroutine, die nicht unbedingt ewig lang ist. Also wenn ihr es wirklich nicht schafft, weil ihr sehr, sehr früh auf der Arbeit sein müsst, dann versucht trotzdem, den Tag immer gleich zu starten, also die Abläufe immer gleich zu machen und sich wenigstens zehn Minuten ein bisschen Zeit einzurichten, indem man irgendwie einen Journal führt oder zehn Minuten meditiert etc. Und ich starte meinen Tag, indem ich morgens im Bett liege und mir sage, heute wird ein richtig guter Tag, heute wird ein richtig, richtig, richtig guter Tag. Ich freue mich auf den Tag und dann starte ich, also dann stehe ich auf und dann starte ich meinen Tag. Das sind wirklich jeden Morgen die ersten Gedanken, die ich habe, dass ich mir sage, heute wird ein richtig, richtig guter Tag. Gedanken haben Macht. Was ihr denkt, das fühlt ihr, das lebt ihr und das begleitet euch einfach und das habe ich so doll gemerkt und deswegen, wenn ihr morgens aufwacht und euch schon mal sagt, dass der Tag einfach verdammt geil wird, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal eine gute Basis geschafft. Geschaffen? Basis geschafft? Geschaffen? I don't know. Würdest du sagen, dass YouTube dich verändert hat? Wenn ja, wie? Okay, definitiv. Ihr müsst mal mein erstes YouTube-Video gucken. Ich war so unfassbar schüchtern. Ich versuche das jetzt kurz zu fassen, deswegen ein Beispiel. Als ich angefangen habe mit YouTube, war ich ja noch Studentin und da war das immer so, dass ich, ich war nicht nur schüchtern vor so einer Kamera oder in solchen Situationen wie jetzt oder beim Moderieren oder so, sondern ich war allgemein ein super unselbstbewusster Mensch. Also ich war super, ich bin immer noch sehr introvertiert, aber ich war introvertiert und schüchtern und nullmutig. Ich bin immer sehr geduckt durch die Hochschule gelaufen, also ich habe wirklich immer auf den Boden geguckt, ich wollte nie auffallen. Ich wirkte dadurch auch immer falsch. Also Leute verwechseln oft Unsicherheit mit Arroganz und das war immer mein Riesenproblem, dass ich, wenn ich in eine Gruppe gekommen bin, immer so abwesend wirkte und nicht aufgeschlossen war und dann hat man das als Arroganz interpretiert. Dabei war ich einfach unfassbar unsicher. Und mittlerweile ist es so, ich habe dann noch das Studium ja versucht weiterzuführen und so zwei Jahre, nachdem ich mit YouTube angefangen habe, bin ich durch die Hochschule gelaufen. Ich habe so gemerkt, wie ich einfach viel mehr Körperhaltung habe und viel selbstbewusster bin und so. Dieses hier bin ich und ich bin glücklich, hier zu sein und ich habe kein Problem damit, einfach straight durch die Gegend zu laufen. Und das ist etwas, was ein ganz gutes Beispiel dafür ist, was YouTube auch an mir verändert hat. Ich bin einfach wesentlich selbstbewusster und mit mir auch viel mehr im Reinen. Jetzt eine Pferdefrage und zwar, wie man sein Pferd motiviert, auch außerhalb des Reitens. Also es gibt, glaube ich, so Kandidaten, die sind tendenziell immer ein bisschen entspannter. Ja, ich habe da auch so eine im Stall stehen. Es ist halt so, dass nicht jedes Pferd den größten Arbeitseifer hat und so was. Ich glaube aber, dass ein sehr abwechslungsreiches Programm helfen kann, ein Pferd zu motivieren, dass Belohnungen auch helfen, auch verbale. Also ich merke das bei Sammy. Das ist nämlich die von meinen Vieren, die eher schwieriger zu motivieren ist. Die reagiert super viel, also super gut auf viele verbale Belohnungen, wenn ich wirklich die Stimme ein bisschen erhebe, sie kraulen und einfach ihr viel Feedback gebe. Weil wenn sie sowieso schon sehr desinteressiert dasteht und ich mache dann so meinen Turn und putze sie und sattel sie und dann geht es los, dann kommt sie da auch nicht raus. Aber wenn ich sie so ein bisschen einfach mehr betüder und ein bisschen mehr mit einbeziehe, zwischendurch mal kraul, kuschel, knutsche, dann habe ich schon das Gefühl, dass sie wacher ist. Und das könnte ich dir empfehlen. Also ein bisschen deinem Pferd noch mehr Aufmerksamkeit mit kleinen Gesten zu zeigen, um es einfach immer wieder auch geistig zu fordern. Man darf ein Pferd natürlich nicht vermenschlichen, aber jedes Mal, wenn man das Pferd irgendwie aus dieser wirklich relaxten Zone rausholt, indem man es mal kurz krault, an der Lieblingsstelle ist, dann sich so ein bisschen rekelt, man es dann mal auf die Nase küsst oder zwischendurch einfach mal anspricht, wird das Pferd halt einfach immer wieder gefordert. Und ich glaube, das kann schon sehr, sehr gut helfen. Und Abwechslung im Alltag. Hast du Angst vor dem Tod? Eine unfassbar große Frage. Und ich muss sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe nur Furcht davor, zu früh zu sterben, weil ich einfach das Leben liebe und einfach noch sehr lange hier sein möchte und ungern die Welt zu früh verlassen würde. Ich bin tendenziell schon ein Mensch, der Angst hat vor risikoreichen Sachen. Also wenn jemand, den ich mag, über ein Geländer klettert zu irgendeinem Felsvorsprung, dann gehen mir aber richtig, also dann flattert mein Herz aber fünfmal so schnell, wie es flattern darf. Und es ist auch so, wenn Patrick zum Beispiel unterwegs ist und ich ihn eine längere Zeit nicht erreichen kann und das Handy auf Mailbox springt, dann ist mittlerweile zwar schon mein zweiter Gedanke, möglicherweise hat er keinen Empfang. Mein erster Gedanke ist aber, hoffentlich ist nichts passiert. Und das ist etwas, was mich sehr stark begleitet. Meine Mama ist auch schon tendenziell sehr stark ein Mensch, der sich so Sorgen macht. Da habe ich das vielleicht auch ein bisschen her. Aber das ist etwas, was mich schon sehr begleitet. Und deswegen habe ich Angst vor Unfällen und dass mir jemand genommen würde, dass ich zu früh gehen muss. Aber ich habe keine Angst davor, wenn meine Zeit gekommen ist, dann auch wirklich zu gehen. Wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bringen? Also ihr seht ja viel über meine Instagram-Account und sowas mit den Pferden und was ich so machen kann und was ich so mache. Es ist ja so, dass Social Media mein Beruf ist. Das heißt, die Zeit, die ich im Stall bin, ist quasi zu zwei Drittel Arbeitszeit. Ich produziere dort Content. Ich halte die Pferde fit, um euch Content mit meinen Pferden zu produzieren. Es ist quasi nicht mehr nur ein Hobby. Und so ist es einfach, dass meine Pferde natürlich dadurch Arbeitszeit sind und ich dadurch auch im Stall mehr Zeit verbringen kann. Es ist dann noch ein weiterer Punkt, dass ich gerne früh aufstehe. Und wenn ich gute Phasen habe, sehr diszipliniert bin, auch von morgens früh bis abends spät gut durchzuziehen. Und ich näher mich da immer mehr meiner Vorstellung, wie ich gerne eine Woche gestalte. Und es ist halt so eine Kombination aus Disziplin, dass man sagt, okay, ich bin bereit, ein bisschen eher aufzustehen. Wenn man nämlich ganz ehrlich ist und mal so seinen Tag rekonstruiert, dann geht ganz, ganz viel Zeit verloren durch irgendwelche Dinge, die unnötig sind. Also man hält sich viel mit Dingen auf, die viel Zeit kosten und gar nicht so nötig sind. Und wenn man da so ein bisschen vielleicht mal den Fernseher nur einmal die Woche oder zweimal die Woche anmacht und Social Media relativ kurz hält, also das Wichtigste konsumiert, vielleicht ein paar Leuten entfolgt, den Leuten folgt, denen man gerne folgt, um nicht so viele Storys gezeigt zu bekommen etc. Dann kann man viel Zeit einsparen und somit dann auch wieder sich Dingen widmen, die einem wichtig sind, wie zum Beispiel Lesen oder Yoga etc. Und nun wirst du jetzt als Coach arbeiten. Ich war vor, was war das, vor ungefähr einer Woche, ist schon fast eine Woche her, war ich mit Soul Horse, mit Scarlett live auf Instagram. Und dann kam das irgendwann so auf von wegen, ja, eigentlich könntest du ja auch vielleicht irgendwann mal als Coach arbeiten, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht. Ich habe da nämlich so ein paar Sachen erzählt, die mir wichtig sind und dann kam das so, dass man mir gerne zuhört. Also ich werde definitiv in den nächsten fünf Jahren nicht als Coach arbeiten, kann mir aber langfristig schon vorstellen, so ein bisschen mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ja, denen auch so ein bisschen, vielleicht in so Phasen, in denen ich mich befunden habe, weiterzuhelfen, weil ich das halt einfach alles dann auch selber durchgemacht habe, viel gelernt habe, jetzt schon in den letzten drei Jahren. Und ich glaube, da wird sich noch vieles an Wissen anhäufen und ich habe definitiv Lust auf sowas. Das interessiert mich unfassbar doll. Ich weiß aber nicht genau, ob ich wirklich so ein 1 zu 1 Coaching mache oder ob ich überhaupt jemals coachen würde, aber vorstellen könnte ich es mir. Und wie entspannt man sich selber? Wie kommt man zum Beispiel in Stresssituationen oder bei Wut und Ärger runter? Atemübung. Ich sage euch, Atmung, gezielte, bewusste Atmung ist der absolute Game Changer. Es ist unfassbar. Also es gibt die, wie heißen die? Ist es die 4 zu 7 zu 8 Atmung oder so? Also ich atme nach ein paar Techniken, aber auch mittlerweile so ein bisschen unbewusst. Ich kann euch empfehlen, mal eure Atmung überhaupt zu hinterfragen. Ich packe euch links unten rein, wo es verschiedene Atemübungen gibt. Ganz viele machen, ich glaube, das nennt man die sogenannte Säuglingsatmung. Ihr Atmen, also viele atmen ein und dabei ziehen sie den Bauch ein, anstatt ihn aufzuwölben. Und wenn sie dann ausatmen, wölbt er aus. Und ich habe das auch ganz lange gemacht. Und falsch zu atmen hat so viele Nachteile. Ich sage es euch, erstmal ist die richtige Atmung einfach wichtig, um eure Zellen mit Sauerstoff zu versorgen. Wenn ihr ständig müde und gestresst seid, dann kann das schon mal auf jeden Fall Teil davon sein, dass ihr nicht richtig atmet. Ihr glaubt es nicht. Atmung verändert unfassbar viel. Und wenn ich zum Beispiel mit meinen Gedanken abschweife und so völlig irgendwie, ja, so dieses typische Gedankenkarussell habe und es rotiert und rotiert, dann atme ich nach Atemzyklen. Ich habe angefangen mit, glaube ich, bis sechs Atemzüge zu zählen. Immer so einatmen eins, ausatmen zwei. Das habe ich dann über mehrere Tage trainiert. Mittlerweile mache ich fünf komplette Atemzyklen mit jeweils zehn Zügen, die ich zähle. Also ich zähle eins, zwei, drei, vier und das zähle ich bis zehn durch. Und das Ganze mache ich fünfmal. Und dann bin ich wieder viel mehr im Fokus. Wenn ich richtig gestresst bin, weil ich mich über irgendwas ärgere, über jemanden ärgere oder so, oder merke ich werde, also ich bin überfordert mit der Situation, habe ich tatsächlich vor ein paar Monaten noch immer impulsiv gehandelt. Ich habe sofort, bin ich mit wirklich 300 kmh in die Konfrontation gerannt. Ich bin sofort laut geworden und fühlte mich danach einfach schlecht. Wenn ich jetzt merke, mich stört etwas, aber der andere macht es vielleicht nicht bewusst oder nur weil es mich stört, heißt es nicht, dass der andere zum Beispiel irgendwas anders machen muss. Ich hoffe, ihr hört diesen fetten Brummer hier nicht. Auf jeden Fall, wenn dieses Gefühl in mir hochkommt, diese Wut, die man auch so im Bauch spürt, dieses Gefühl, wenn es sich so zusammenzieht, dann atme ich wirklich einfach nur tief ein, halte kurz die Luft an und atme lang aus. Atme wieder tief ein, halte kurz die Luft, atme tief aus. Und wenn man, oder lang aus, wenn man sich da vor allen Dingen auf die Atmung konzentriert, ist man schon einmal mit dem Gedanken weg. Das heißt, dieses, wo so, wo dieses Kampf, also wir haben, wir sind ja noch ein bisschen genetisch, stammen wir ja noch von unseren Urvorfahren ab, die ein Säbelzahntiger gesehen haben und dann mussten sie rennen. So, ein bisschen haben wir das halt noch drin. Das heißt, wenn uns jemand blöd kommt oder uns irgendwas wütend machen, dann ist dieses, stell dich tot, greif an oder renn weg. Und das ist so dieser Impuls, der in einem kommt. Und dann, wenn man irgendwie sich über was ärgert, dann kommt direkt die Wut hoch. Und die sollte man aber nicht immer ungefiltert rauslassen, weil es oft zu unfairen Situationen kommt und man dadurch in viele unnötige Konflikte rennt. Und deswegen, wenn euch irgendwas verärgert, dann versucht euch das anzutrainieren. Das dauert ein bisschen und man wird auch mal wieder in so ein altes Muster reinfallen. Atmet erst mal tief ein und wieder aus. Haltet dazwischen kurz die Luft an und das macht ihr dann mal so fünfmal und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Dann könnt ihr wieder rationaler denken und habt euch einfach mal runtergefahren. So kann man Wutattacken sehr gut unter Kontrolle bringen. Ich zählt hier so noch regelmäßig. Wenn ja, machst du das noch mit Balloon oder frei oder eine andere Technik, kam mir als Frage. Also ich meditiere immer noch, sehr regelmäßig bis täglich, also eigentlich schon täglich. Und ich habe mittlerweile so viele verschiedene Meditationsanleitungen. Also ich meditiere noch zu 99 Prozent geführt. Das fällt mir einfach viel, viel leichter, weil sonst kommt mein Gedankenkarussell manchmal zu präsent durch. Ich versuche aktuell auch immer mal frei zu meditieren. Das heißt, dass ich mich einfach hinsetze, dass ich meine Atmung ein bisschen vertiefe, dass ich mir Affirmationen spreche innerlich, ein bisschen visualisiere und so. Aber grundsätzlich meditiere ich nach Laura Marlina Seiler, dem App Headspace. Balloon aktuell gar nicht mehr, also Laura Marlina Seiler oder Headspace. Und ich packe euch noch ein paar Empfehlungen von Podcasts hier rein, die auch sehr, sehr tolle, geführte Meditationen machen. Ich zähle, stelle ich einen Bezug zu mir selber her. Also das ist wirklich ein Prozess und ich kann euch da, ja, ich packe alles an Infos unten rein. Ich versuche das irgendwie mit Überschriften zu thematisieren. Ich kann euch da halt ein paar Podcasts zum Beispiel empfehlen oder Persönlichkeiten, die einen so ein bisschen anleiten, denn es ist gar nicht so einfach. Ich habe ja auch die Rise Up in Shine University von Laura Marlina Seiler gemacht. Die hat so roundabout 400 Euro gekostet. Das klingt erstmal nach viel, wenn man sich aber mit dem Thema Coaching befasst, ist das schon eher die untere Kategorie. Das ist ein 10-Wochen-Programm, was auf jeden Fall jeden Cent wert ist. Man bekommt nämlich sehr, sehr hochwertiges Videomaterial mit einem Workbook, wo man eine unfassbare Reise macht durch alle Themen, die einen irgendwie persönlich betreffen. Von außen nach innen, von innen nach außen, vom Umfeld über Finanzen etc. Das ist wirklich sehr intensiv gewesen. Man macht viel innere Kindarbeit und sowas. Und das war für mich mein Weg, wie ich einfach zu mir selbst gefunden habe. Ich brauche viel Anleitung bei sowas, weil ich da sehr, sehr verschlossen war und auch gar nicht mehr richtig gefühlt habe. Ich habe vieles an mir vorbeirauschen lassen, sowohl negative als auch positive Sachen. Also mich hat ein großes Erfolgserlebnis kaum noch berührt. Mich hat es aber auch kaum noch berührt, wenn zum Beispiel eins meiner Pferde durch Verletzungen ausfällt und ich Monate kurieren muss. Das war so, okay, doof. Ich kümmere mich trotzdem weiter um mein Pferd. Das hat nicht so richtig an mir genagt, obwohl es eigentlich etwas ist, was mich sehr, sehr traurig machen würde. Und genauso war das, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine große Prüfung erfolgreich absolviert habe, einen tollen Job umsetzen konnte, einen neuen Partner habe, der mich eigentlich super freut, dann hat das aber auch nicht mehr so richtig gezündet. Und das ist jetzt wieder anders. Ich fühle wieder viel, viel intensiver. Ich erfreue mich an kleinen Dingen im Alltag. Und es ist so, dass man einfach auch mal sich mit sich auseinandersetzen muss. Und das passiert halt nicht mit einem Handy in der Hand. Das passiert auch nicht mit einem Fernseher an oder mit sonst irgendwelchen Ablenkungen. Wirklich einfach auch mal sich aufs Sofa setzen, sich mal einen Stift und einen Zettel zu nehmen, mal seine Gedanken aufschreiben und das wirklich jeden Tag auch mal für eine Viertelstunde, 30 Minuten zu machen. Da kommt viel hoch, ganz, ganz viele Gedanken. Und an denen kann man ansetzen, sich mal mehr informieren. Was bedeutet das, wenn man viel über so und so nachdenkt? Und wie ich ja auch schon erwähnt habe, Gedanken haben so unfassbar viel Macht. Also, wenn man den ganzen Tag darüber nachdenkt, was alles scheiße ist, ich schwöre es euch, der Tag wird auch nicht besser. Wenn man schon sich darüber ärgert, dass das und das schief läuft, dann tritt man noch in Hundescheiße, haut sich den Fuß an die Tischkante und sagt so, ja, ich wusste ja, heute ist ein Kacktag. Ja, weil du es dir eingeredet hast. Also es ist wirklich, ich habe es selber nicht geglaubt, gerade wenn man in so Tiefs fällt, zum Beispiel, wenn man müde ist oder weil man einfach mal keinen Bock hat. Dann darf man nicht sagen, ja, ich habe halt jetzt keinen Bock, sondern man muss sich wirklich Dinge positiv reden. Das funktioniert. Und lächelt, auch wenn euch nicht zum Lachen ist. Ein gefaktes Lachen sagt dem Gehirn, trotzdem wir sind glücklich. Denn hier laufen Nervenbahnen lang und sobald ihr die Mundwinkel hochzieht, passiert etwas in eurem Körper, ob das jetzt echt ist oder nicht. Deswegen könnt ihr eure Stimmung auf jeden Fall erhellen, indem ihr die Mundwinkel hochzieht. Und ein weiterer Tipp noch von mir, tanzt. Egal, ob ihr tanzen könnt oder nicht, macht euch die Musik laut. Wenn ihr sonst in einer Mehrfamilienwohnung, Mehrfamilienhaus wohnt, macht euch Kopfhörer rein und dann tanzt einfach. Scheiß drauf, wie es aussieht, tanzt. Das macht so gute Laune, das befreit einen so sehr. Dann kamen noch ganz viele Fragen zu Lene. Also wir sind dran und sie macht sich sehr, sehr gut. Und ich habe aber keine Pläne, mit ihr aufs Turnier zu fahren. Also ich werde sie jetzt weiter ausbilden und dann halte ich euch einfach auf dem Laufenden. Selbstliebe, das ist so ein Wort, das hat ja auch schon ein bisschen Modecharakter. Also ich kann nur sagen, bei dem ganzen Prozess, den ich durchgemacht habe, habe ich einfach mich mehr lieben gelernt. Also ich habe mich mehr gelernt zu verstehen. Dadurch bin ich nicht so nachtragend mit mir. Ich habe meinen Körper mehr akzeptiert, auch wenn ich jetzt sagen muss, ich habe da jetzt ja keine riesengroßen Baustellen, aber ich habe die letzten Jahre Stress über meine Haut kompensiert. Das heißt, ich habe viel gekratzt und meine Haut geknibbelt. Das heißt, ich habe viele Narben und viele Pickelmale auch auf den Oberschenkeln und am Rücken und sowas. Und ich habe einfach gelernt, das an mir zu akzeptieren. Nicht zu lieben, sondern zu akzeptieren. Und dieser ganze Prozess, wenn man sich auseinandersetzt mit seinen Emotionen, dann wird man auch viel, viel nachsichtiger mit sich. Und dann stellt sich dieses Thema Selbstliebe von ganz alleine ein. Ich mache jetzt noch zwei Fragen. Ich glaube, das Video ist schon ziemlich lang. Also wie läuft es zwischen dir und Patrick? Unfassbar gut. Man sieht ihn zwar nicht so oft auf Instagram, er ist halt ein Info-Lancer. Und wir haben auch so ein bisschen, dass wir unsere Tage sehr gut zusammen als Team machen. Das heißt, er übernimmt den Part, ich übernehme den Part. Und wir über den Tag nicht unbedingt immer so zusammen sind. Und wenn wir dann zusammen sind, ist das halt so richtige Pärchenzeit. Und da nehme ich euch halt nicht mit. Aber dadurch, dass ich so unfassbar viel an mir gearbeitet habe, ist die Kommunikation zwischen uns so gut geworden. Und es reicht teilweise manchmal schon, wenn der eine Partner an sich arbeitet und der andere wird es halt merken. Und wenn das nicht ein kompletter empathieloser Kotzbrocken ist, dann wird er auch sich dafür interessieren, wenn man darüber sprechen möchte. Und Patrick ist tendenziell jemand, der nicht über Gefühle spricht und der auch nichts mit Spiritualität oder mit Persönlichkeitsentwicklung am Hut hat. Aber dennoch, als er gemerkt hat, wie gut es mir damit geht, wie gut es uns damit geht, war er einfach auch offen dafür, sich ein bisschen was anzuhören. Und ja, ich kann euch nur sagen, wir waren nicht bewusst, wie gut wir miteinander funktionieren können. Wir waren schon immer ein gutes Team, aber wir haben schlecht miteinander kommuniziert. Und das haben wir echt gut in den Griff bekommen. Also beide Seiten. Und das freut mich richtig, weil man einfach wieder so viel mehr Spaß miteinander hat und sich auch wieder viel mehr als Freunde noch sehen kann. Also natürlich, man ist ein Liebespaar, aber wenn man eine Partnerschaft führt, dann muss man halt auch richtig gute Freunde sein. Und das ist so ein bisschen zwischendurch verloren gegangen und es ist wieder da und dieses gemeinsame Lachen. Und deswegen ein Grund mehr, sich vielleicht mal ein bisschen mit ein paar Baustellen im Leben zu beschäftigen. Hast du für jedes Pferd einen Trainingsplan? Nein, habe ich nicht. Ich mache das sehr individuell, auch so ein bisschen nach dem Gefühl, was ich so denke, was das Pferd gerade braucht. Gerade bei Sammy muss ich sehr nach ihrer Tagesform agieren. Also heute ging es ihr zum Beispiel nicht so gut. Wir haben sehr schwüles Wetter und es war letzte Woche noch 12 Grad. Jetzt ist das einfach super schwül und heiß gewesen mit Gewitter und allem. Die hatte solche Elefantenbeine und kam halt gar nicht klar. Die ist ja super empfindlich bei sowas. Bei Holly ist das so, dass Patrick und ich uns sie ja aktuell teilen. Das heißt, ich gucke mal so ein bisschen, was hat er mit ihr gemacht und so. Und Carlson, der geht einfach aktuell sehr viel Schritt. Der hat eine leichte Sehnenreizung. Ich reite ihn jetzt aber Schritt, nicht mehr Schritt führen, damit er nicht komplett an Muskeln verliert. Und bei Lene ist es so, dass sie einfach ein sehr abwechslungsreiches Jungpferdeprogramm hat. Ich würde sagen, damit beende ich dieses Video. Es ist viel länger geworden als gedacht. Ich glaube, ich kann auch fast jede Frage drin lassen. Ich werde jetzt meinen Geburtstag feiern. Ich werde jetzt zu meinen Freunden fahren. Unfassbar 29 Jahre. Ich fühle mich nicht so. Man sagt ja auch, wenn man ist so alt, wie man sich fühlt, dann bin ich ungefähr 19. In manchen Dingen fühle ich mich wie 19. In manchen Dingen fühle ich mich schon sehr weise. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann ganz bald beim nächsten Video wieder. Wie schon gesagt, die Infobox ist voll mit ganz vielen Infos für euch. Ganz vielen Links und Empfehlungen. Und dann schaut da gerne vorbei. Nicht vergessen, mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.